Also Freunde, hier findet heute eine Surströming-Challenge statt. Wahrscheinlich Teilnehmerzahl eine. Und das bin ich. Nur die hatte kommende Karte. Bekochte Kartoffeln, Zwiebel, Wasser zum Abspülen für den Fisch. Normalerweise noch ein Glas Milch, da steh ich nicht so drauf. Das machen wir dann zum Neutralisieren später mit Jägermeister. Da hilft schon alles. Und jetzt werden wir mal langsam die Dose öffnen. Und naja, ich hab geheißen, dass wir irgendwie jetzt sind, da ziehen wir mal die Hand hoch. Das ist kurz vorm Explodieren. Und wenn ich so jetzt neu steche oder rein steche, weiß ich nicht, was passiert. Also noch merke ich das macht nichts. Noch ich, noch. Noch. Aua. Au. 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 Au.那個 Katzen neu geschossen. So schlimm ist es gar nicht. Ja, geh doch mal richtig hin. Guck mal, wie die Mieke kommt. Das riecht ja nicht heiß. Jetzt will ich sehen, wie du den jetzt isst. Haben wir die von Vergiftung und Machen versteht man noch nicht? Ist richtig nix. Geh doch mal hin. Die Schwester kommt da. Ja, die ist so. Wir schneiden so viel, jetzt ess doch mal ein Stück. Ja? Ja, ja. Schau mal Kartoffeln und Süppeln. Boah. Aber wer hat's gemacht? Boah. Boah. Aber Respekt. Boah. 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 Wie wenn die eng Scheiße tut. Ja. Komm hier wieder. Boah. Da geht, oder? Das könnt ihr einfach mal, wenn die hund geht. Also, also, das glaubt, das ist immer wie mein die hund geht. Der Kalleinsatz gemacht hier. Guck mal, was er mitkommt. Jetzt, komm. Lass ratisieren. Geht nur so ein Stück, oder? Ja. Und den nächsten probieren. Und den nächsten Mal.